meine liebe freunde seht ihr da hat mehrere so macht man das guck mal man tut das da rein wie schwanzli rein so und drücken hop evo ga vidite oam je kubanos originales djukovan kaže i to vam je istina onda ah mašala ali cipo originales drakula cene so mach man nur so und dann sagt man meine liebe freunde prost bitte nand živli pozdravlja vas a grus aus bosnien djuka amen živli ah antijarca dachtem so schwere arbeite heute so viele traktoren so viel zwiebel rausgegraben muss man ziger holen ajde pozdravlja vas još jednom djuka